Willkommen im YouTube-Kanal Kronies! Lasst euch einen Like! Yo Männer, was geht ab? Das ist immer zu heiß, dass da meine Guten reinfliegen. Was haben wir denn hier? Hier, die Cyrax, die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das da brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht, brauchen wir auch nicht. Oh, wie die Preise getroppt sind, das tut echt weh. Eine Cyrax, minimale Gebrauchspuren für 10 Dollar, Freunde. So, 80 Dollar haben wir rein und dann hoffen wir, dass wir den Pot holen. Oh, wie weh das tut, Alter. Wie günstig die ganzen Sachen geworden sind. Eieieiei, das ist echt heftig, Alter. 10 Dollar für eine Cyrax. Kann ich mich noch früher daran erinnern. Oh, Steam, geil, wieder Fehler 28. So, lieben wir Steam auf jeden Fall. Ab, aber man muss positiv gesehen. Ist es mal endlich, die Leute, die jetzt gewartet haben, Skins zu holen. Ist es echt der günstigste Zeitpunkt momentan? Das stimmt, ja. Also, wenn ihr jetzt irgendwelche Playskins kaufen wollt, dann tut das am besten jetzt. Wo der Markt so richtig gecrashed ist, weil alles so unsicher ist wegen dem Gambling. Geht das Gambling weiter? Geht es nicht weiter? Manche sagen, wir werden es am 26. rausfinden, manche sagen, wir werden es am 30. rausfinden. Wir werden es auf jeden Fall rausfinden und den Pot haben wir verpasst. Schade. Kacke, ich habe gerade das angenommen, ein bisschen zu spät. Jetzt sind es wahrscheinlich auch noch Late-Tickets. Perfekt, dass wir den verpasst haben, den Pot hätten wir sowieso nicht bekommen. Optimal. So, jetzt sind wir aber direkt drin mit 80 Dollar. Ja, das stimmt, Alter. Play Inventory jetzt zusammenstellen ist auf jeden Fall so günstig wie noch nie. Kann natürlich auch sein, dass wenn Gambling jetzt wirklich komplett aufhört, dass es dann nochmal günstiger wird. Dass dann eine 10 Euro Waffe nur noch 7 Euro kostet oder sowas. Das kann sein. Kann aber auch sein, dass wenn Gambling weitergeht, die Sachen wieder ein paar Euro hochgehen. Je nachdem. Also aktuell ist es echt so ein Zwischenstand, wo man nicht weiß, wo es hingeht. That's right. That's right. Das steht auf jeden Fall offener als das Tor von Brasilien damals in der Weltmeisterschaft. Da muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen, ob man jetzt schnell seine Alters verkauft. Ich sage zu jedem ja, der damit echt Geld machen möchte. Klar kann es sein, dass Gambling weitergeht. Die Preise werden sich dann wieder stabilisieren. Aber ich denke, die werden nie wieder auf diesen Level kommen, wie es vorher mal war. Ja, also es war ja ein geisteskranken Level. Die waren auf dem High Level, ja. Da wo Gambling wirklich sehr explodiert ist, wo es so viele Seiten gab, wo so viele gegambelt. Oh, ein Flipknife Doppler. Da waren die Ends auf dem richtigen High Level. Das werde ich mir aber gönnen, das Flipknife Doppler. Ja, aber hier muss man halt sehen, 280 Dollar sind immer noch 280 Dollar. Es sind halt einfach nur mehr Items als früher, ja. Also vor zwei Monaten hat man halt für 280 Dollar weniger Items bekommen. Jetzt kriegt man halt mehr Items. Aber 280 Dollar sind immer noch 280 Dollar. Ja. Deswegen lecker. Früher hätte ich halt nur 3 anstatt 6 Waffen reinpacken müssen für die 80 Dollar. Weiter sind es 6 Waffen. Aber ist egal, wir haben 30%. 30% ist gut. Ah, 20% ist auch gut, aber nicht mehr so gut. Oh shit. Lol, ja. Ich hab 8%. Come on. Oh, die Hot Rod. Come on. Hot Rod und nur 80 Dollar. Komm. Heftig, ne? Bitte, 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 bitte. 20%, komm. 1 zu 5 Chance. Bitte. 1 zu 5 Chance. Komm. Wir sind da einfach nirgends mehr. Wir sind da einfach nirgends mehr. Wir sind da einfach nirgends mehr. Noch ein Stückchen weiter, Mann. Ahhhh. Ich hab grad gedacht, das geht auf mich. Ahhhh. Hey, hattest du andere Bildchen als ich? Also bei mir warst du da seit 10 Bildchen nicht mehr. Ja, dann hatte ich andere Bildchen. Dann hast du andere Bildchen. Also bei mir, ich war eins nebendran. Bei mir nicht. Ja, ich war eins rechts nebendran. Deswegen hab ich gehofft, eins weiter noch. Ach, Mann. Ah, ticketmäßig war auf jeden Fall der nach uns dran. Alter, scheiße. Komm, einen machen wir noch. Boah, was ist mit den Leuten los? Noch 30 Sekunden und es kommt keiner mehr in den Pott. Muss ich jetzt hier 6 Dollar challengen. Komm, da muss jetzt noch jemand reinkommen. Das kann doch nicht sein. Noll. Ne. Was soll das denn? Was das denn? So eine Scheiße. Sabotage. So eine Scheiße. Boah, Digga. Boah, Digga. Das wäre jetzt lächerlich gewesen. Oh, hier kommen so Fahnen. Das gewonnen mit 90%. Brückt mir nix. Brückt mir nix. Ja, jetzt kommt einer rein. Was sollte das? Vielleicht hat es die wieder geleckt. Vielleicht hat es die wieder geleckt. Na gut, dann müssen wir noch einen machen. Das kann ja nicht sein. Wir können ja nicht abschließen mit 90%. Das ist ja Lash. So, da gehen wir nochmal rein. Weil bei dem letzten Pott haben wir irgendwie kaum was gewonnen. Ich glaube, da haben sie alles, was wir gewonnen haben, eigentlich als Zinsen genommen. Das war ja Lash mit 90%. Das war ja echt super, super Lash. Das Wort magst du von mir, ne? Lash? Ja, Lash. Halt von meiner Oma, mate. Ja, halt dein Maul. Shut the fuck up. Von meiner Omi? Naja, da hast du die schlechteste Ausrede des Grauens. Wow, das ist ja gerade meine Omi. Meine Omi bringt mir das Wort bei. Eieieieiei. Ich weiß auch nicht, wie wen ich das habe, Alter. Vielleicht auch von meiner Omi? Kann sein, ja. Jetzt gehen wir nochmal rein. 50$. Jetzt ist der Pott wenigstens auch schon mal bei 42$, ja? Und das Ziel ist immer noch 80$ zurück zu gewinnen. Da sind wir drin. 50$. So, jetzt immerhin gibt es hier 50$ zu gewinnen. Denn wenn wir den jetzt gewinnen, dann hätten wir nur noch 30$ Minus. Das wäre doch mal was. Ja, ne. Eigentlich wäre Plus besser. Also Minus stellt mich immer noch nicht zufrieden. Aber das Video geht ja jetzt schon wieder 12 Minuten. Da hätten wir ewig schneiden müssen. Komm. Bitte. Komm jetzt ran. Komm jetzt ran. Komm jetzt ran. Komm jetzt ran. Ne. Ne. Behinnert das Scheiße. Nur am verlieren Checkboard zur Zeit. Na ja Freunde, lasst ein Like da. Auto rein. Peace. Oh. So. Let's go. Nein. Scheiße. Es sind die Pistols. Hier komm. Pistol, Pistol, Pistol. Die meisten Leute. Hey, warum sind wir jetzt wieder? Ach so. Du bist bei Pistol rein. Der hatte Pistol. Ist nice. Ist egal was man will. Ich glaube das ist komplette Einbildung Freunde. Es kommt sowieso immer das was man gerade nicht hat. Und schon wieder verloren. Alter. Was denn gerade für eine Pistol.